Hey, da sind wir hier gefangen. Ne, die sind tot. Oje, oje. Schau mal. Schau dir mal das an, Alter. Übelst, was die mit denen veranstaltet haben hier. Na dann halt nicht, Mau. Ich suche dieses Schild. Es gibt hier kein Schild wahrscheinlich. Also hast du wieder gelogen? Ne, ich hab nicht gelogen. Ich hab dir nur das gesagt, was ich aus der ersten Mission gesehen hab. Was da erzählt wurde. Glück nachher. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Selbst wenn er da nie bei Hals spricht. Ja, ja, ja. Können wir jetzt einfach gehen. Was war das? Was war das? Bist du tot? Ja, warum auch immer. Du bist voll gegen die Erde geklatscht. Komm, fahr mal mit dem. Da ist das Schild. Und das, was wir jetzt kaputt machen, oder was? Ich denke. Welches denn? Hier. Und hier ist auch noch ein Schild bei mir. Ich hab's kaputt gemacht. Gibt fünf Dinger. Und die Zone... Und die Zone... Ne, die Zone ist frei. Ne, ist sie nicht. Ja, manche gehen nicht. Okay, jetzt schauen wir mal. Vielleicht gibt's ja noch mehrere. Also gucken, ob wir noch mehr Schilder sind, oder was. Ja. Na ja, mal machen, aber... Die waren halt außerhalb des Roten. Die waren halt außerhalb des Roten Gebiets. Ja, das trotzdem mal gucken. Ja, mach. Hier ist noch eins hier oben. Ja, ich weiß gar nicht, wo du bist, Mann. Also meine Granate ist nicht explodiert. Warte, ich habe... Ich hab... Warte. Ich hab' da irgendwas piepst, hier hörst du das. Ja. Warte. Ihr wollt' Schildstand. Ah. Ah. Vielleicht ist es doch so. Schauen wir mal hier. Komm mal mit. Wir sind gegen. Zwei. Hier hinten war noch ein Schild irgendwo. Aber das ist weit weg. Wie weit weg? Ja, das war weit vom Plager weg. Wo du willst du die falsche Richtung? Da ist aber noch ein Schild. Ja. Und ein Panzer. Was machst du, Mann? Das ist ein Teil, was du schmeißt, das was du piepst, Mann. Was ist denn das? Eigentlich ist es Granaten. Ne, Mann, das ist keine Granate. Ne, das ist kein Schild. Das ist ein... Das was so gepiepst hat vorhin bei dem Schild, das war deine Granate, Mann, deine komische. Komm, die Schilder bringen einfach Punkte. Jetzt machen wir weiter, komm. Schwule Scheiße hier mit den Schildern. Ich schau jetzt mal. Aber irgendwie muss man die Zorn ja befreien können. Ne, Mann. Die ist auch auf der Karte, die ist da hinten. Ja, warte, dann lesen wir halt mal die Anleitung. System. Ne, ne. Irgendwo konnte man doch... Äh, die Anleitung guckt, wie über die Kiste kommt. Schönen. Die vermutlich auch im Dach ist. Alter, wo soll ich die Anleitung lesen? Sag's mir. Keine Ahnung. Ich schau jetzt mal nochmal, wer frisst oder stirbt hier. Da musst du etwas für mich stehlen. Toll. Mal googeln doch einfach. Auch keine Ahnung, ne? Ich find's nicht mehr. Ich hab vorhin, wo ich alleine gespielt hab, hab ich immer gelesen, dass man die Tutorials nochmal anschauen kann. Aber ich find's jetzt nicht mehr, wo das ist. Ja, aber irgendwie muss man diese Posten ja befreien können oder nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind das nicht die. Das sind, glaub ich, nur die Fours. Aber ich will jetzt auch nichts mehr aufbeschwören, Alter. Ich hab keine Ahnung. Okay. Jut, komm mal, schnellreise bei uns ins Dorf. Hä? Mach mal schnellreise. Warte mal, es ist hier unten. Mir ist was Neues. Soll wir da mal hin? Wie bitte? Ja, mau, beam dich einfach hin. Ich komm nach. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hab keinen Plan. Auf der Minimap bist du nicht angezeigt? Nee, ich bin neben dir. Äh, nein. War da hinten, wirst du. Aber es ist so eine Scheiße mit der Minikarte, Alter. Ey, wegen mir, schuld auf. Ich beam dich halt. Komm. Hey Siri. Google nach Far Cry 6, wie man Fours einnimmt. Entschuldige, das hab ich nicht mitgekriegt. Könntest du das noch mal sagen? Könntest du bitte Google fragen, wie man in Far Cry 4 es einnimmt? Wie so ein Kleinkind. Das hab ich nicht mitgekriegt. Wie bitte? Wie so ein Kleinkind. Wer? Warum? Fragen kleine Kinder Siri immer. Ich glaube nicht. Ich glaube nur, altbackene Menschen fragen Siri nicht. Du fragst ja auch die Alexa. Ja. Ich bin hier drin. Scheiß Schहer habe. uck mal Angst.